So, dann probieren wir es erneut, weil ich vorhin abgestürzt bin. Cool, da kann man das Fahrwerk schon ein- und ausklappen. Oh, das war ein bisschen zu weit. Oh, Kampfjets. No. Uh, Ron, ich habe eine fucking Air Force auf mich. Indeploying Jets? Oh, try and fly over them, T. We'll see at that time. Any offensive action will be met with overwounding retaliation. Maybe I'll give you 10% of what's in the hole. Then we're all happy. Ja. Schauen wir mal, ob wir da reißen können. Take-down is authorized. Change bearing or we will engage. I don't think you understand the effort I've got to be here, pal. This is your final warning. Divert now or be engaged. Hey, you wouldn't shoot me down anyway. Think of the ground casualties. Oh, super. Fire a loud mess. Eagle 1, Fox 2. Eagle 2, Fox 2. Oh, treffa. Wir fahren mit dem Auto raus, wir fahren mit dem Auto raus, come on! Aber wir fahren mit Auto raus, wir fahren mit Auto raus. schauen wir mal schnell ob wir ups ob wir irgendwo hin müssen auch da hinten wäre mein haus gewesen ja gut dann fliegen wir doch dabei in diese richtung so herr cool bestanden coole sache trevor shit are you okay i saw the plane go down i survived and lizard army didn't do so well so that's something oh thank god the fuselage went into the alamo sea you might be able to salvage the hardware with dive gear or something wow good idea but it'll take time tell oscar he ain't getting these guns okay look i gotta ask are you in with the federal government an agent sanchez was round here saying you and michael had to meet his supervisors at the garage the cook site fuck i gotta do this okay but i'm using them all right they ain't using me let's make that clear so wir müssen zu dem b ich glaube wir werden mal ganz kurz in die amu nation reinschauen und uns ein bisschen mit waffen ausrüsten man kann ja nie wissen so auf jeden fall mal hier ups eine schusssichere weste leichte panzerung leichte panzerung standard panzerung riva oh dollar sulla 하ft bomben habe ich zehn stück da nehm er auch eine kanister mit ein bisschen training gas und schade da nicht oh die waffe habe ich tervey trial sa Schauen wir mal, Sturmgewehr, 60 Schuss, größeres Magazin, taktisches Licht, Schalldämpfer. Das schaut doch fein aus. Dann holen wir uns noch mal ein paar Schuss und schon sind wir, denke ich, gut gerüstet für das, was vielleicht irgendwann mal passiert. So, haben wir hier irgendwo einen fahrbaren Untersatz. Da steht doch einer, da steht doch einer. Das ist gerade praktisch. Oh, vor lauter Lesen wieder. Bei unten steht wieder Ammonation. Ein Fallschirm ist jetzt verfügbar. Das macht Laune. Immer gut zu wissen. So, und dann schauen wir jetzt hier mal in, ups, Coyote umgefahren. Dann schauen wir nämlich hier mal zu diesem B. So, wahrscheinlich im ersten Obergeschoss, oder? So, das ist ja so. So, ja. So, hier ist es gut. So, hier ist es gut, nicht wahr? So, hier ist es gut. Aber hier ist mein Platz, und meine Arbeit ist für meine Platz. All right relax. I was just being sarcastic. Yeah, well don't be all right because the world doesn't need any more sarcasm It's the blight of the age I get the point you get a point you're like every other asshole You made a bit of money you became a turd and news for you. I was always a turd no You weren't man you were something but now man. Yeah, you like this place. You're a shell go Fuck yourself. Are you some kind of pure morally justifiable asshole? But because you're 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 totally psychotic somehow. It's okay. I'm honest. All right. You're the hypocrite Oh, yeah, you're a fucking hero so far above it all Oh, yeah, well, I'm not above ripping open your fucking chest to see what's replaced your heart. Rip it open. See what's there, baby, cuz I'm ready Hello Oh ladies ladies. What's up? Fuck off lesson I'm sorry, but we've got a problem government funding thing we need you to Investigate a research lab upstate. It's about terrorism the big one nerve gas biological tear Thank God. I don't pay tax listen. You'll need some fairly standard gear Boat tandem rotor heavy lift helicopter truck weapons You'll have to source all of that chopper alone. I'll set you back a couple of milk. Oh, no worries there Trevor He just came into a lot of money Is that sarcasm? Oh, you're fucking a right. It's sarcasm you fuck a few weeks ago I was happily retired Sulking by my swimming pool my psychotic best friend shows up out of nowhere to torture me over mistakes I made honest mistakes I made over a decade ago We our little posse are flat fucking broke But hey, let's go out and spend two million dollars on a tandem rotor fucking chopper so I can go steal nerve gas for fucking terrorists Forgive me you ignorant fuck, but sarcasm is all I fucking got Sarcasm and a room full of you cuts. Yes Well welcome back man. It is the old you Yeah, yeah, yeah. Well, we gotta go. It's been great, but Dave here's got a Pilates class now remember ladies you keep us way out of this thing Bye bye Ah, Jesus It's wieder Zeit für Yoga, huh? He said he knew about something Now you tell him that we're driving towards Palito Bay Okay So, cool. Da bereiten wir glaube ich das nächste große Ding vor Der nächste große Überfall wird geplant. Sehr gut weil wir können nämlich Dringend Kohle gebrauchen. Wir sind nämlich echt alle pleite Und ich möchte mal wieder neue Immobilien kaufen So, ab in den Wagen Fernlicht ein, dann sehen wir besser Und ab nach Paletto Bay Ja, super Gut, dann treffen wir uns mit Lester, machen wir uns das nächste große Ding aus Oh, diese A.C. Bank, muss man diesen typen Veränderungen nehmen? Lokale Anforscher schreit Geld aus allen Weed-Farmen, Hörhauses, Meth-Kitchen in der Region Sie haben ihre Geld in sichersten Schrauben, dann gibt es alles die normalen kleine Städte-Präslein Wir sollten uns gut machen Du weißt, ich habe mich über dich, Trevor, dein Leben ist ... Oh nein, du bist! Wirklich? Ja, ich habe Ja, Leute versuchen immer zu schützen. Du kennst du? Anniak, Psycho, Freund, Industrieleider. In ein paar manchen kann man die Kategorisierung. Aber dann, was? Pacht mal. Wo du bist? Sandyshörs, du liebster Schepp. Ich bin entspricht, dass kein Platz neben dem, für dich deine Colonik zu holen. Genau. Aber warum bist du hier? Es ist aus der Gründe. Wir sind aus dem alles. Nein, es ist irgendwo real und authentisch. Das ist Amerika! Und reale Leute haben noch nicht geprüft. Ja, aber wenn es getrennt wird? Dann, ich versuchze. Okay. Was für die Art du bist? Was für das? Ich weiß nicht, was ich benutze. Nein, nein, nein. Wenn du nicht, du weißt, du weißt, was du schützt. Für dich ist alles ein bisschen aus, ein bisschen schwach. Das war mal eine Ansage. Ich habe probiert schon, Trevor schöner zu machen. Das ist mir nicht gelungen. Spannend. Die Haut. Die lustige Musik. Die lustige Spannende. Die lustige Spannende. Die... 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 Was sagen wir? Was sind wir hier? Du bist ein Hipster. Was? Du bist ein Hipster? Ich liebe Hipster. Klassische Hipster-Denial. Ich bin ein Hörger. Hipster, ich sie zum Spaß machen. Hipster lieben zu sagen, sie lieben Hipster. Was mache ich wirklich? Selbstvertretung. Es ist eine gewisse Hipster-Affliction. Ich bin, weil ich hier leben, weg von den Bein-Machinen und den Bankern. Du bist ein Gentrifier. Soon, die Skinny-Jeans kommen. Dann die Skinny-Lattes. Und dann die Bankern. Und du bist irgendwo anders, mit dem Cycle wieder. Vielleicht bist du kein Klassiker-Garten-Varieter, Hipster. Aber du bist das Hipster-Affliction zu sein. Du, Trevor, bist der Proto-Hipster. Der Bus stopt hier. Okay. Wie lange dauert es uns hier raus? Komm schon, Mann. Mach es weg. Was? Ich will nichts mehr Verletzungen auf. Ich brauche deine Schreiber. Ich brauche deine Schreiber, wenn du nicht das Klassiker auskutigst. Ich bitte! Bist du, okay? Geh, Entschuldigung. Das sind's. Ah, endlich. Hey. 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 Welcome to Paradise. Come on. Die Auto geht an den Weg. Los geht das hier. Sie sind nicht hier. Ich bin der Bruder, Mark will take care of all your moisturizing needs. Oh, shall we? Might as well get started. Okay, let's take a look at this bank. And we'll go to the front of the bank. Lock the entrance. If the paperwork's correct, the alarm will be a relic. We should be in and out before the local PD knows what's happening. Okay. That's the entrance to the bank. Nothing special. Take us around back. Okay. There's an empty lot behind. No one should pay attention to us back there. I like it. Man, the place is remote. It's got the right amount of foot traffic. This'll do. Let's check out the alarm to be sure. Drive over to the empty lot with the open-top dumpster in it. Mm-hmm. It's not ideal. It's gonna cost more to break that system than the score's gonna pay. Then we're gonna have to find a new score. No, 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 uh-uh, no. This is the score. What are our options? It's a dumb idea, but we could trigger the alarm. See what kind of response they throw out. That is a dumb idea. Hey, you heard the man, all right? Shoot the sucker. Ah, I have something with Schalldampfer. Okay. I brought my police scanner. Drive over to the gas station opposite the bank, and we'll monitor chatter. All right. This is Toledo-based security services frequency. We have a code 30, Adam. Alarm going off at Lane County Savings Bank. All cars in the area, please respond. Poledo cars three, six, nine, and one will be there in 50 seconds. Roger that. Four units. Backup team at station is available. They've dispatched four cars in 60 seconds and more on standby. And it isn't even 30 victor of shots fired. Oh, this is a real headache. What do you got on the clock? 40 seconds. This is Toledo security. Any updates on the code 30, Adam? Backup ready to mobilize. This is not normal. The response is out of proportion. Cops in this county are dirty. And the alarm just went off on their piggy bank. This is them. What is that, a 67 second response time? Yeah, four cars. More in the wings. Bad cops, guarding dirty money. Fuck how many. We can take this. Wait right here. We'll see if anything about their routine suggests a weakness. Poledo radio, this is Poledo car three. We have a code 12. False alarm. Possibly triggered intentionally. Roger that. We're gonna set up checkpoints on the Great Ocean Highway and the Sonora Freeway. Car-to-car searches and record checks. Checkpoints? Searches? Fuck this! I ain't getting caught because Lester needs a wheelchair. Hey! Wheelchair or not, we're still fast... I'm not gonna outrun a cop. We've gotta go. We're going. And if we're in front of Trevor, he'll be the one running. Mach ein Rennen zu dem Büro... Mach ein Rennen zu dem Büro... ab durch den wald das ist halt kein motocrossbike auch nie komm schon Und... Jawohl, wir sind der Erste. Sehr gut. Kleine Abkürzung genommen. Ohne hinzufallen. Fast. Ja, jetzt sind wir hingefallen. Super. Ja, genau. Jetzt werde ich auch noch fast tot gefahren. Ach komm. Was für einschreckliches Gameplay. Oh, mei. Die haben jetzt natürlich meilenweit Vorsprung. Über den Berg kann ich nicht abkürzen. Kann ich hier irgendwie abkürzen? Na, da ist Wasser. Da ist zu viel Wasser. Aber vielleicht kann ich sie noch einholen? Wahrscheinlich nicht. Ich glaub's nicht. Na gut. Freunde, das war's jetzt mit der Folge. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Und dann sehen wir, wie's weitergeht. Servus.